The 2020 McLaren Speedtail, McLarens fastest ever road car. 1 million. 1,5. 1,95. 2 million and 50.000. Gentlemen, being very patient, we're at 2 million and 50.000. Selling to you, sir. 2 million and 50.000, you're at 2.1 million. Wir hatten sogar schon den zweiten Hammerschlag, glaube ich, und dann ist nochmal im Telefongebot über 2,1 Millionen Euro reingekommen und da sind wir dann ausgestiegen.